Meine Brüder haben immer gesagt, was du machst, muss verrückt sein. Sonst lohnt es sich nicht. Du meinst Blutsbrüder oder sowas in der Art. Wir sind Blutsbrüder. Marty wollte wilde Tiere schießen. Mit ner Kamera natürlich. Wir machen all die Aufnahmen, vor denen die anderen Angst haben. Die richtig gefährlichen. Mark reizten ganz andere Gefahren. Man sind hier aber groß geworden. Ich? Ich tu alles, um dabei zu sein. Koste es, was es wollen. Wer hat gewonnen? Aber eines Tages ist etwas passiert. Komm, zieht mal durch. Ja, das war echt wild. Damit kommen wir hier raus, das ist die Chance. Du gehst nirgends hin. Ich geh doch, ich will Tierfilme machen. Ich geh mit ihm. Adler, Schlangen, Fische, Wasser ausgerottet wird. Wir kommen erst wieder, wenn wir es geschafft haben. Jetzt wird richtig wild. Juhu! Head out on the highway. Looking for adventure. Was war das gerade? Hunderte von schlafenden Bären, die gleich aufwachen und uns zerfleischen. Seid vorsichtig. Sicherheit geht vor, Mom. Das ist unser Motto. Ich hab alles mitgefilgt. Bist du verrückt? Unser Bruder ist fast ertrunken. Bist du neuerdings Marshalls Beschützer? Diese Entwicklung muss mir völlig entgangen sein. Ihr seid auch nicht von hier, hab ich recht. Schnell, wir müssen abhauen. Los! Ich find das toll. Ihr nicht? Ich find das echt klasse. Jonathan Taylor Thomas, Devin Sauer und Scott Birstow. Born to be wild. In Wild America. Seid ihr sicher, dass das ein Nacktbadestrand ist? Jetzt ja. Marshall, bleib hier. Pass auf die Sachen auf. Die Report! Der ist doch, Frau und Scott B double. Aubu und감을 schreib. Da. ף. Ettlich. Junge. Alter. VO